Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 1. Wir haben die Nachforschungen in Damaskus zum vierten Attentat abgeschlossen und holen uns jetzt die Erlaubnis unseres Kontaktmannes. Hallo! So... Gut, Attentat auf den Händlerkönig, wenn er bei seinem Fest herauskommt, um zu seinen Leuten zu sprechen. Gut, wo ist der Kerl? Natürlich, ja, sicher, bei dieser komischen Zitadelle oder wie man sie nennen möchte. Ähm, wow, das war nicht so geplant. Das sollte nicht so sein. Ähm... Ähm... Ba-ba-bam. Zack. Zack. Ähm, kann ich hier... Ja, doch, hier kann ich... Juhu! Todessprung, der gar nicht notwendig ist. Ähm... Wir müssen ja sowieso mit den Gelehrten da wieder rein. Ähm, Delay-Test. Ja, übrigens, ich bin immer noch im Stream, wie in der letzten Folge. Ähm, ja, Delay-Test. Ja, gut. Jetzt der Delay auch... Bei meinem einzigen Zuschauer um... Viertel vor zwölf ungefähr. Ja, dreizehn Minuten vor zwölf. Aber gut. Ist ja auch was anderes. Ähm... Ja, ich denke, wir, äh, verschwinden da wieder mit den, äh, Gelehrten rein. Zack, zack. Und komm, komm. Ah, passt nicht. Da, komm. Hier vorne sind die Gelehrten. Die stehen auch hier mit Sicherheit. Da sind sie. Komm. Ey, wartet. Wartet, Kinders. Wir müssen ihn aufhalten, bevor es enttäuschtig geschehen wird. Komm, ihr geht da doch hundertprozentig rein. Hundertprozentig gehen die da rein. Komm. Wenn die jetzt nach links, äh, biegen. Wenn die jetzt nach links abbiegen, hab ich ein Problem. Gut. Ihr geht hundertpro da rein. Dafür sind die Gelehrten ganz gut zu gebrauchen. Haha, dumme KI. So. Und wieder einmal kann ich nur andeuten, es fällt überhaupt nicht auf, dass ich, der einzige Gelehrte, mit Messer auf dem Rücken, mit Schwert an der Seite, mit gepanzertem Gürtel oder geschütztem Gürtel, ja, das fällt gar nicht auf, so. Jetzt dürft ihr... Ah, nein, 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 nein. Ich hab das nicht getan. So. So. Jetzt dürft ihr ne Cutscene starten. Oh, so. Da ist er. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte, esst, trinkt und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Naja, obligatorische Trinkgeräusche. Alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah Aldin streitet tapfer für seinen Glauben. Und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne vorzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit. Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend. Haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr, von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das Heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein. All dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den Ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich, genug! Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erlebt. Ja, der gewährte Herr hat seine Gäste vergiftet. Verdammt. Verdammt. Okay, ähm... Brunnen. Okay, das geht auch nicht. Ficken! Nein! Verdammt! Ich habe Zeit. Verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Verdammt! Da haben wir ihn. Brut in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an, meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen. Überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Ja, ja. Kryptische Sprache. Und jetzt erstmal raus aus diesem komischen Tempel. Auch finde ich ja gut, dass hier sofort so ein Ausgang ist. Oder ich ihn zumindest für so einen hielt. Okay, danke für die Hilfe. Verdammt. Ganz schnell hier weg. Ganz schnell hier weg. Ja, der werte Stämmige Herr. Der heultet auch auf diese ganzen Geschichten hin. Ob es so richtig ist, was wir tun. Wo der Unterschied zwischen dem ist, was er tut. Und ich bin in einer verdammten Bazaar. Ach, verdammt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ja, noch ist der Sichtkontakt nicht unterbrochen. Jetzt ist der Sichtkontakt unterbrochen, aber... Ja, komm. Ja, Büro ist geschlossen. Das war mir schon irgendwie klar. Na dann. Ich bin ja richtig clever. Nein, hier war eine Bank. Na komm, mach eh keinen Sinn. Wie? Wie konnte das beste sehen? Geber, kafir! Das ist ein Wettbewerb. Ach, er da hinten ist noch übrig. Komm. Gut, und jetzt ganz schnell in dieses Drecksbüro. Nein, 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 nein. Bitte lasst mich in Ruhe. Ähm, nein, nach Assassin's Creed kommt nichts mehr. Ich werde heute nur Assassin's Creed spielen. Hätte ich was anderes noch spielen wollen, hätte ich es in dem Ankündigungsvideo erwähnt. Hallo. Abul Nukuts Tyrannei wurde beendet. Schön, das zu hören. Er tötete sie, die Männer und Frauen auf seinem Fest. Es war Gift, die Waffe eines Feiglings. Er gab ihnen die Schuld für den Krieg und sagte, er würde ihn beenden. Merkwürdig. Allerdings war der Händlerkönig bekannt dafür, ein wenig anders zu sein. Vielleicht war es nur ein Symptom seines Wahns. Vielleicht. Ihr scheint zu zweifeln. Sprecht mit Al-Mualim. Er mag eine bessere Erklärung liefern. Ja, ich werde hören, was er zu sagen hat. Hm. Wollte ich das sagen. Jetzt wird wieder vorgespult. Ja, dass der Typ nicht ganz knusper ist, das hat man ja eigentlich gemerkt. Weil, was für einen Grund sollte man haben, das halbe Dorf zu vergiften? Gut. Dem einen oder anderen mag was einfallen. Aber, nee. Das spricht eigentlich schon für sich. Wir spulen natürlich noch mal sehr vor. Das Königreich haben wir eigentlich fertig erkundet. Brauchen wir da auch nicht noch mal durch galoppieren. Kommt, Alter, ihr. Sprecht mit mir. Hallo, alter Mann. Wie ihr wünscht. Hi. Die Kunde eures Erfolges ist zu mir gedrungen. Ihr habt meinen Dank und den des Reiches. Die Städte von ihren korrupten Führern zu befreien, wird dem Frieden sicher dienlich sein. Seid ihr dessen so sicher? Die Art, wie Männer herrschen, spiegelt sich in den Beherrschten wieder. Als ihr die Städte von Korruption befreit habt, habt ihr auch die Herzen und Gemüter des Volkes befreit. Unsere Feinde würden widersprechen. Was meint ihr? Jeder, den ich erschlug, berichtete mir merkwürdige Dinge. Sie zeigen keine Reue. Auch im Tode scheinen sie an ihren Sieg zu glauben. Auch wenn sie es nicht direkt zugaben, sie standen alle in Verbindung. Ich bin ganz sicher. Es ist ein Unterschied zwischen dem, was man uns als Wahrheit verkauft, und dem, was wir als wahr erkennen. Die meisten kümmert dieser Unterschied nicht. So ist es einfacher. Aber als Assassine liegt es in eurer Natur, ihn zu bemerken, ihn zu hinterfragen. Was ist es, das diese Männer verbindet? Ah, aber als Assassine ist es eure Pflicht, diese Bedenken zu verwerfen und eurem Meister zu vertrauen. Denn es kann keinen Frieden geben ohne Ordnung. Und Ordnung erfordert Autorität. Ihr sprecht den Rätseln, Meister. Ihr empfehlt mir, aufmerksam zu sein und bittet mich dann davon abzusehen. Was von beiden? Die Frage ist dann beantwortet, wenn ihr sie nicht länger zu stellen braucht. Ihr liest mich wohl nicht nur für eine Lektion herrufen. Nun gut. Ein weiterer Rang und eine Waffe werden euch zurückgegeben. Zwei Führer sind noch übrig. Geht und sorgt dafür, dass ihre Herrschaft endet. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass der Alte was zu verheimlichen hat. Aber gut, dazu dann später. Wieder eine Synchronisation dazu gewonnen. Und anscheinend ein paar neue Stiefel. Ballons halten, ausweichern. Oh Gott, nein. Sie können im Hof trainieren. Ich will nicht wieder zu diesem ekligen Kerl gehen. Alter ihr, mich düngt meine... Ach, da steht er schon wieder. Meine Schüler wissen es nicht, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht könnt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. 5, 4, 3, 2, 1. Alter ihr, mich düngt meine Schüler, verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nein, genauso wenig wie die anderen 50.000 normale. Achso, okay. Nur Leertaste drücken, gut. Oder den Trainingsleiter abstechen, weil er ihm einfach nur auf die Nüsse geht. So, Tutorial verlassen. So langsam dürfen wir auch eigentlich alle Fähigkeiten wiederhaben. Als nächstes müsste es nach Akon gehen. Dürfte jetzt eigentlich auch vorspulen. Jupp, wir verschwinden nach Akon. Jerusalem kommt wieder ganz zum Schluss. Büro oder Umland? Nee, Büro, komm. Nennen wir das Kind beim Namen. Wir hauen sofort nach Akon ab. Wenn sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen sie deren Sichtkontakt und verstecken sie sich. Im Büro werden wir jetzt doch auch nochmal einen Schnitt machen. Das vierte Attentat ist vollbracht. Und jetzt, ja, bereiten wir uns dann nach und nach aufs fünfte Attentat vor. Jupp, schön im Büro gespawnt. So. Hierhin, ja, das nächste Nobelviertel geht es zu. Ich bin gerade am überlegen, was machen wir als erstes? Nee, komm, wir reden auch sofort mit dem Mann. Nee, aber erst in der nächsten Folge. Ordnung muss sein, wie der gute Almualim gesagt hat. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Tschüss.